Dieses Video ist Nummer 2 über Josef von Eichendorffs Marmorbild. Hier geht es um Figurenkonstellationen und Interpretationsansätze. Wenn ihr euch über Inhalt und Aufbau der Novelle informieren wollt, könnt ihr gerne das erste Video anschauen, das ich jetzt hier einblende. Die Novelle handelt von Florio, der in die Fänge der Venus gerät, sich aber auch wieder daraus befreien kann. Alle Links und meine Quellen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Hauptfiguren des Stücks sind Florio, Fortunato, Bianca, Donati und die Venus. Im Folgenden stelle ich die Figuren einzeln vor und stelle sie dann in Bezug zueinander. Der Name Florio leitet sich vom lateinischen Florere ab, was so viel heißt wie Blühen. Das verweist auf das Alter des Protagonisten. Florio wird als junger Edelmann beschrieben. Er ist also zwischen Jugend- und Erwachsenenalter, schätzungsweise zwischen 18 und 20 Jahre alt. Außerdem scheint er aus einer recht wohlhabenden Familie zu stammen. Zum einen verweist die Bezeichnung Edelmann auf eine edle, das heißt auch wohlhabende Abstammung. Zum anderen kann er es sich leisten, durch Italien zu reisen. So sagt er im Gespräch mit Fortunato, dass er eigentlich keine Geschäfte habe. Dass Florio einen Beruf hätte, wird jedenfalls nirgends erwähnt. Der Name Fortunato kommt ebenfalls aus dem Lateinischen. Fortunatus ist der Beglückte oder Gesegnete. Er ist ein berühmter Sänger, fast immer gut gelaunt und besonders christlich verwurzelt. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn er Florio ein Gebet aus Herzensgrund empfiehlt, um schlechte Laune zu vertreiben, oder wenn der Erzähler Fortunato mit einem Friedensboten vergleicht. Mehr zu den verschiedenen Erzählertypen findet ihr in meinem Video zu Erzähler und Erzählverhalten. Der Antagonist, das heißt Gegenfigur zu Fortunato, ist der Ritter Donati. Auch dieser Name leitet sich vom Lateinischen ab und heißt in etwa der Geschenkte. Der Name verweist dabei auf die erste Gruppe von Christen, die sich von der katholischen Kirche abspalteten und sich die Donatisten nannten, nach dem Bischof Donatus der Große von Carthago. Der Ritter ist also aus Sicht des katholischen Glaubens negativ benannt, weil die Donatisten Abtrünnige waren. Donati gibt sich Mühe, seine aggressiven Impulse zu unterdrücken. Trotzdem scheinen sie immer wieder durch. So redet Donati mit Florio noch in wohlgesetzten, zierlichen Reden. Als sein Pferd vor dem Stator aber scheut, fährt ein funkelnder Zornesblitz über das Gesicht des Reiters und ein wilder, nur halb ausgesprochener Fluch aus den Lippen. Der Erzähler erkennt hier, dass das Verhalten nicht zur sonstigen, feinen und besonnenen Anständigkeit des Ritters passt. Oder als Florio das erste Mal am Palast der Venus steht, schläft Donati und wirkt fast wie ein Toter. Und als er dann die Augen aufschlägt, ist sein Blick so fremd, stier und wild, dass sich Florio ordentlich vor ihm entsetzt. Und dabei murmelt er einige dunkle Worte, die Florio nicht versteht. Am Ende nimmt Donati in wohlgesetzten Reden Abschied von Florio. Auch sein Äußeres wird negativ beschrieben. Seinen ersten Auftritt hat Donati beim Fest vor der Stadt Luca mit irreflammendem Blick, aus tiefen Augenhöhlen. Donati hat zwar ein schönes, aber blasses und wüstes Gesicht. Dazu passt, dass Florio zusammenzuckt, als Donati das erste Mal mit ihm spricht. Der Name Bianca leitet sich vom italienischen Ausdruck für die Farbe Weiß ab und verdeutlicht Reinheit und Unschuld, auch im sexuellen Sinne. Sie wird als zarte und junge Frau beschrieben, die zurückhaltend und schüchtern ist. Sie stellt damit eine frühe Form der sogenannten Femme Vragile dar, übersetzt zerbrechliche Frau. Die Antagonistin zu Bianca ist die Venus. Sie wird mit sehr heller Haut beschrieben, aber eher in Bezug auf Weiß wie Marmor und hat lange goldene Locken. Die Venus ist die römische Göttin der Liebe und sexuellen Lust. Der Sänger Fortunato singt während der Abreise aus Luca, wie die Venus zu Beginn des Frühlings lebendig und am Ende des Frühlings wieder zu Stein wird. In dieser Zeit verführe sie junge Menschen und stürze sie ins Verderben. Das ist das, was sie beinahe mit Florio tut. Insgesamt lässt sie sich auch als sogenannte Femme Fatale beschreiben. Der Ausdruck ist französisch und bedeutet verhängnisvolle Frau. Er bezeichnet besonders attraktive und verführerische Frauen, die mit magisch-dämonischen Zügen ausgestattet sind und Männer sexuell an sich binden, sie manipulieren und dadurch auf fatale Weise ins Unglück stürzen. Insgesamt lassen sich die Figuren in zwei Gruppen einteilen, zwischen denen der Protagonist Florio steht. Auf der einen Seite befinden sich der Sänger Fortunato und die junge Frau Bianca. Auf der anderen Seite stehen der Ritter Donati mit der Venus. Diese Gruppierung findet sich auch in den Interpretationsansätzen. Im Marmorbild gibt es eine strenge Unterteilung in christliche und nicht-christliche, in diesem Sinne heidnische Religiosität. Für den biografischen Hintergrund ist wichtig, dass das Adelsgeschlecht Eichendorf katholisch geprägt war. Das Christentum ist bei Josef von Eichendorf also positiv konnotiert, das Heidentum dagegen negativ. Dem Christentum stehen Fortunato und Bianca nahe. Fortunato ist im christlichen Glauben gefestigt, wie schon in der Charakterisierung gezeigt, rät er beispielsweise Florio zu beten, um die schlechte Laune loszuwerden. Außerdem ist er ausgeglichen und immer gut gelaunt. Selbst über Donati schimpft er lustig. Nachdem Donati versucht hat, Florio sonntags zur Jagd zu überreden, wird Fortunato als Bote des Friedens bezeichnet. Bianca ist als zurückhaltendes, schüchternes und keusches Mädchen die Versinnbildlichung der Tugend, was indirekt auch mit Christlichkeit assoziiert wird. Beispielsweise Maria, die Mutter von Jesus, wurde ebenfalls oft in der Kunst so dargestellt. Mit dem Heidentum sind Donati und die Venus verknüpft. Die Venus als nicht-christliche Göttin ist offensichtlich heidnisch. Alle weiteren negativen Eigenschaften von ihr lassen sich darauf zurückführen. Donati gibt sich als ihr Verwandte aus und bringt Florio später zu ihr. Er steht also mit der Venus in Verbindung. Dass Donati nicht dem positiven Christentum zugeordnet werden kann, zeigt sich auch daran, dass sein Pferd scheut, als er durch das Stadttor nach Luca reiten will. Im Mittelalter glaubte man, dass ein Reiter Schuld auf sich geladen hat, wenn sein Pferd nicht durch ein Tor wollte. Am heiligen Sonntag will Donati Florio auf die Jagd mitnehmen, was Florio aber ablehnt. Höchst verwundert, fragt er den Ritter heute, am heiligen Tage. Der Klang der Glocken geht daraufhin wie ein Beten durch die klare Luft. Donati erschrickt darauf und wirkt beinahe ängstlich, bevor er aus dem Haus stürzt. Auch hier zeigt sich, dass Donati vor Florio eine Art Rolle spielt, die nicht seinem Eigentlichen naturell entspricht. Eigentlich ist er impulsiv. Das versucht er aber mit einer so anständigen Sprache zu verdecken, dass die wohlgesetzten Reden noch einmal extra betont werden. Florio wird zwischen Fortunato und Bianca einerseits und Donati und der Venus andererseits hin- und hergezogen. In Bezug auf die Religion lässt sich interpretieren, dass Florio zwischen dem Christentum und dem Heidentum hin- und hergerissen ist. Während des ersten Fests verknallt sich Florio in Bianca, die mit dem Christentum assoziiert wird. Danach kommt er aber vom Christentum ab, als er das Marmorbild das erste Mal sieht und es nicht mehr vergisst. Die Venus verführt ihn in ihre Gemächer, wo ein Gebet den folgenden Spuk auslöst. Die Bilder werden lebendig und scheinen Florio anzugreifen. Nach einem Tag und einer Nacht der Ruhe reist Florio dann christlich geläutert wie Neugeboren aus der Stadt ab. Zu dieser christlich-heidnischen Unterteilung fällt aber auch eine Aufteilung der Orte und Tageszeiten in der Novelle auf. Einerseits gibt es eine Unterteilung in die Stadt Luca und Orte außerhalb Lukas. Außerhalb Lukas befindet sich das Marmorbild der Venus sowie ihr Palast und das Landhaus, in dem Donati übernachtet. Ebenfalls außerhalb finden die feste statt, an denen Donati bzw. die Venus auftauchen. Innerhalb Lukas geht Florio in die Kirche und übernachtet in einer Herberge, wo er auch nach der Horrorszene bei der Venus seine Abreise entscheidet. Das heißt, dass die gruseligen und unheimlichen Szenen nur außerhalb der Stadt im Umland von Luca stattfinden. Dagegen innerhalb der Stadt kann Donati beispielsweise Florio nicht zu einer Jagd am Sonntag überreden. Schauen wir nun, wann welche Szenen stattfinden. An einem schwülen Nachmittag findet Florio den Palast der Venus und als Donati Florio zur Venus bringt, ist es ebenfalls ein schwüler Nachmittag. Das Marmorbild der Venus sieht Florio zuerst mitten in der Nacht bei hellem Mondschein. Die Verwechslung von Bianca und Venus auf dem Maskenball ist ebenfalls nachts, genauso wie die Horrorszene im Gemach der Venus in einer prächtig klaren Sommernacht stattfindet. Dagegen morgens ist die Zeit Fortunatros. Beim Frühstück sagt er zum Beispiel, der Morgen sei ein recht kerngesunder, wildschöner Gesell, wie er so von den höchsten Bergen in die schlafende Welt hinunterjauchzt und von den Blumen und Bäumen die Tränen schüttelt und wogt und lärmt und singt. Und Donati hat am Sonntagmorgen keine Chance, Florio zu einer Jagd zu verführen, wonach Florio in die Kirche geht. An einem frühen Morgen verlässt Florio schließlich die Stadt Luca und ist aus christlicher Sicht wieder im Glauben gefestigt. Wenn man jetzt also nachschaut, wann die jeweils gruseligen Abschnitte mit Bezug auf das Heidentum stattfinden, fällt auf, es ist ein schwüler Mittag oder Nacht, während die klaren und sicheren Momente mit Bezug auf das Christentum morgens passieren. Zusammengeführt heißt das, nachts und außerhalb der Stadt hat Florio gruselige Erlebnisse und fühlt sich in Gefahr beim Heidentum, während er morgens und in der Stadt sicher aufgehoben im Christentum ist. Übrigens, in meinem ersten Video zum Marmorbild geht es um Inhalt und Aufbau. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich versuche darauf zu antworten. Ansonsten könnt ihr euch vielleicht ja auch gegenseitig helfen.